25. Kapitel In dem Jim Knopf das Geheimnis seiner Herkunft erfährt. Am nächsten Morgen, das heißt, als die Uhr des Kapitäns zeigte, dass draußen die Sonne aufgegangen sein musste, denn sehen konnte man davon in der Burg Sturmauge natürlich nichts, bereitete Lissi aus den Vorräten der Seeräuber für alle ein nahrhaftes Frühstück, bestehend aus Schiffszwieback, eingesalzener Butter, Ölsardinen, Räucheraal, Hummermayonnaise und einem großen Topf Kaffee. Und während sie aßen und tranken, erzählte Jim noch einmal ausführlich und mit allen Einzelheiten, was die Seeräuber gesagt hatten. Als er zu der Stelle kam, wo von der Krone und dem Pergament die Rede war, fragte Lissi, »Haben Sie nicht gesagt, wo diese Sachen jetzt sind? Das wäre doch sehr wichtig.« »Nein«, antwortete Jim, »davon haben Sie nichts gesagt.« »Wir werden Sie suchen,« erklärte Lukas, »sicher ist es hier irgendwo versteckt.« Nachdem sie fertig gefrühstückt hatten, nahmen alle Fackeln, zündeten sie an dem Feuer an und durchstöberten dann einzeln oder in Gruppen die unzähligen Gänge und Kammern der Burg. Es dauerte nicht lange, da hatten Jim und Lissi die Schatzkammern der Piraten gefunden. Hand in Hand schritten die beiden Kinder staunend durch den großen Raum, der von oben bis unten mit funkelnden und glitzernden Kostbarkeiten gefüllt war. Silberne und goldene Geräte aller Art standen herum, angefangen von großen Leuchtern und Badewannen bis herunter zu Goldpokalen, Silberlöffeln und Fingerhüten. Truhen und Schränke waren vollgestopft mit Juwelen, Münzen und Edelsteinen. Dazwischen lagen ganze Ballen seidener Decken, die mit Perlen bestickt waren, und dicke Perser-Teppiche breiteten sich auf dem Fußboden aus. Natürlich war alles in einem heillosen Durcheinander, denn auf Ordnung hatten die Piraten nicht viel Wert gelegt. Jim und Lissi wanderten langsam durch den ganzen großen Raum, und plötzlich standen sie vor einem kleinen Binsenkörbchen, das kalfatat war, denn alle Ritzen waren mit Pech abgedichtet. »Das ist es!«, flüsterte Lissi aufgeregt. Jim öffnete den Deckel und guckte hinein. Darinnen lagen eine wunderbare Krone mit zwölf Zacken, ein Reichsapfel und ein Scepter. »Ja«, sagte Jim, »das ist es!« Und dann riefen sie Lukas und alle anderen herbei und zeigten ihnen, was sie gefunden hatten. Lukas untersuchte sofort das Scepter und fand, dass man es am unteren Ende aufschrauben konnte. Im Inneren steckte zusammengerollt das alte Pergament. Sie zogen es heraus und entfalteten es. Und es stand Folgendes darin. »Unbekannter, der du dies Kindlein finden wirst, wisse, Wer es errettet und aufnimmt in Liebe und Treue, dem wird es dereinst seine Güte königlich lohnen. Wer ihm aber Böses tut, dem wird es alle Macht und Stärke nehmen und wird ihn binden und richten. Denn durch das Kind wird das Ungerade gerade. Dies ist das Geheimnis seiner Herkunft. Drei heilige und weise Könige kamen zum Christkind, um ihm ihre Geschenke zu bringen. Einer aber von ihnen war schwarz von Angesicht, und sein Name hieß Kaspar. Das große und herrliche Reich dieses Königs mit dem dunklen Antlitz ging verloren und ward nicht mehr gefunden. Seit jener Zeit ziehen die Nachkommen König Kaspars heimatlos durch die Länder und über die Meere der Erde, immer auf der Suche nach dem verlorenen Land ihrer Heimat, genannt Jambala. 32 Geschlechter sind seither vergangen, und auch wir, die Letzten, werden mit unserem Schiff längst versunken sein, wenn diese Botschaft gelesen wird, denn der Sturm verschlingt uns. Dieses Kind aber ist das 33. Glied in der Kette der letzten Nachfolger des heiligen Dreikönigs Kaspar, und ihm ist verheißen, Jambala wiederzufinden. Darum setzen wir es in diesem Binsenkörbchen aus, damit es nach dem Willen des Himmels gerettet werde. Wir legen dieses Kind in die Hände Gottes, und darum sei sein Name Prinz Myrhen. Jims Augen waren groß und dunkel geworden, während Lukas die Botschaft vorgelesen hatte. Klopfenden Herzens betrachtete er die herrliche Krone in seiner Hand. Die anderen schwiegen. Es war ein feierlicher Augenblick. Lukas nickte seinem kleinen Freund zu und sagte leise, »Setzt sie nur auf, sie gehört dir.« Da setzte sich Jim die funkelnde Krone auf sein schwarzes Kraushaar. Der Kapitän und die Matrosen nahmen ihre Mützen ab, verbeugten sich und murmelten, »Wir gratulieren, königliche Majestät!« Und dann rief der Kapitän, »Unser Prinz Myrhen, er lebe hoch, hoch, hoch!« Und die Seeleute stimmten ein und warfen ihre Kappen in die Luft. »Donna Wetter, Jim, alter Junge,« sagte Lukas fröhlich, »jetzt bist du auch noch Prinz geworden. Und noch dazu was für einer!« »Na, verdient hast du's ja, das muss man schon sagen. Aber ich hoffe, wir beide bleiben doch alte Freunde, hä?« »Ach, Lukas,« antwortete Jim, ganz verwirrt vor Glück. »Jim, oh Jim, wie freue ich mich!« jubelte Lee C. und klatschte in die Hände. »Dann sind wir ja jetzt richtig Prinz und Prinzessin!« »Tja,« brummte Lukas schmunzelnd, »und damit wäre mein junger Kollege vermutlich der erste und einzige Lokomotivführer der Welt mit einer Krone.« Nachdem alle wieder in den Hauptsaal zurückgekehrt waren und sich um das Feuer gesetzt hatten, berieten sie gemeinsam, was nun mit den Seeräubern und ihren Schätzen gemacht werden sollte. Zunächst wurde beschlossen, Gericht über die Wilde Dreizehn zu halten, damit sie nach Recht und Gerechtigkeit verurteilt würde. Die gefesselten Piraten wurden also heraufgeführt und in eine Ecke des Saales gestellt, zu beiden Seiten von den Matrosen bewacht. »Wenn ihr mich fragt,« begann der Kapitän, »dann haben die Burschen nichts Besseres verdient als den Tod. Wir sollten sie den Haifischen vorwerfen, genauso wie sie es mit uns machen wollten.« Die Piraten schwiegen, bleich und trotzig. Ein höhnisches Lächeln glitt über ihre finsteren Minen. »Jawohl«, sagte einer der Matrosen, »wir sind alle einer Meinung mit dem Kapitän.« Jim blickte die Räuber, die noch immer schwiegen, nachdenklich an. Dann schüttelte er den Kopf und erklärte, »Nein, das finde ich nicht gerecht.« »Sie haben's aber verdient,« rief der Kapitän grimmig, »daran gibt es keinen Zweifel.« »Vielleicht schon,« antwortete Jim, »aber einmal haben sie mir das Leben gerettet, wie sie mich aus dem Wasser gefischt haben.« »Du hast zu bestimmen, Jim«, sagte Lukas bedächtig, »weil du sie ja auch besiegt hast.« »Wenn ich zu bestimmen habe,« meinte Jim Ernst, »dann schenke ich ihnen das Leben.« Das höhnische Grinsen auf den Gesichtern der Piraten erlosch. Betroffen blickten sie sich gegenseitig an, denn darauf waren sie ganz und gar nicht gefaßt gewesen. Auch die kleine Prinzessin schaute Jim voll Bewunderung von der Seite an. Sie fand es sehr großmütig von ihm, richtig königlich. Die Piraten hatten leise ein paar Worte untereinander gewechselt und sich zugenickt. Jetzt ergriff einer von ihnen das Wort. »Jim Knopf, deine Worte haben dir und deinen Freunden das Leben gerettet. Wir sind wüste Kerle, aber wir wissen Großmut zu würdigen. Hölle, Tod und Drachenspucke, das wissen wir. Und darum werden wir dir und deinen Freunden die Freiheit schenken.« »Hört euch das an!« brüllte der Kapitän und bekam vor Wut einen knallroten Kopf. »Die Burschen sind verrückt geworden, oder ihre Frechheit ist so bodenlos wie der Ozean. Das habt ihr nun von eurer Hochherzigkeit. Man sollte die Kerle ohne Feder lesen und an einer Rahr aufknüpfen. »Immer mit der Ruhe«, unterbrach Lukas den polternden Seebären, »ich habe nicht den Eindruck, daß sie sich über uns lustig machen. Wir wollen uns anhören, was sie zu sagen haben.« Der Pirat hatte den Zornausbruch des Kapitäns mit unbeweglichem Gesicht angehört. Jetzt sagte er mit rauer Stimme, »Jim Knopf, du hast uns besiegt und du hast uns gebunden, ganz so, wie der Spruch auf dem alten Pergament es vorhergesagt hat.« »Jawohl, das hast du!« »Wir waren entschlossen, trotzig und ohne ein Wort zu sterben.« »Der Teufel soll uns holen, das waren wir.« »Aber wisst ihr auch, was aus euch geworden wäre?« »Ihr wärt nie aus Sturmauge herausgekommen.« »Oder glaubt ihr vielleicht, diese Matrosen da und ihr Kapitän hätten das Schiff durch den großen Hurrikan steuern können?« »Beim ewigen Feuer, das kann niemand auf der Welt als die wilde Dreizehn.« »Da hat er recht«, murmelte Jim bestürzt. Der Kapitän machte den Mund auf, um etwas zu sagen, aber es fiel ihm nichts Rechtes ein, darum machte er ihn wieder zu. »Jim Knopf«, begann nun ein anderer Pirat, »wir haben beschlossen, dich und deine Freunde hinauszufahren und dorthin zu bringen, wo ihr hergekommen seid. Aber wir haben eine Bedingung.« »Und was ist das?«, fragte Jim. »Dass du uns die Freiheit wiedergibst«, antwortete der Pirat mit funkelnden Augen. »Das könnte euch so passen«, knirschte der Kapitän. »Jim überlegte.« Dann schüttelte er den Kopf. »Nein«, sagte er, »das kann ich nicht tun. Ihr würdet weiter die Meere unsicher machen. Ihr würdet wieder die Schiffe überfallen und ausrauben. Ihr würdet Kinder fangen und lauter schlimme Taten begehen. Wenn das die Bedingung ist, dann müssen wir eben alle hierbleiben.« Die Piraten schwiegen eine Weile. Endlich richtete sich einer hoch auf und blickte Jim stolz an. »Jim Knopf«, sagte er mit rauer Stimme, »ich will dir sagen, was wir tun werden. Wir haben einen Schwur geleistet. Wenn wir je besiegt werden, ist es aus mit der wilden Dreizehn.« »Das haben wir geschworen. Wir werden niemals eine Strafe annehmen, ob sie gerecht oder ungerecht ist. Niemand soll über uns richten als wir selbst. Das haben wir geschworen.« »Wir haben unser freies und wildes Seeräuberleben geführt. Jetzt sind wir besiegt. Darum wollen wir nun unseren freien, wilden Seeräuber-Tod suchen. Wir werden hinauffahren nach dem Norden und dort im ewigen Eis und der ewigen Nacht werden wir unser Schiff und uns selbst einfrieren lassen. Das werden wir, so wahr wir die wilde Dreizehn sind.« Jim blickte die Piraten mit großen Augen an. Er empfand Bewunderung für den verwegenen Stolz der wilden Dreizehn, trotz allen Untaten, die sie begangen hatten. »Wenn ich euch freigebe«, fragte Jim forschend, »gebt ihr mir euer Wort, dass ihr niemand mehr etwas Böses tut?« Die Seeräuber schienen nachzudenken. Nach einer Weile sagte einer, »Da ist noch etwas, was wir vor unserem Ende abzumachen.« »Der Drache hat euch geholfen, uns zu finden. Das hast du doch gestern deinen Freunden gesagt.« »Ja«, antwortete Jim, »ohne ihn hätte ich euch nicht besiegt.« Der Pirat nickte und wechselte einen Blick mit seinen Brüdern. »Wir werden ihn suchen. Mit ihm haben wir noch etwas ins Reine zu bringen. Er hat uns verraten«, stieß er hervor. Jim blickte Lukas fragend an. Der saugte nachdenklich an seiner Pfeife. »Sie wissen noch nicht«, flüsterte Jim seinem Freund zu, »dass er ein goldener Drache der Weisheit geworden ist. Glaubst du, sie können ihm was tun?« »Ich glaube nicht«, meinte Lukas ernst. »Aber ich denke, es ist notwendig, dass der Drache und die wilde Dreizehn sich noch einmal begegnen.« Jim wandte sich wieder den Piraten zu und sagte, »Ich weiß, wo der Drache jetzt ist. Ihr könnt ihn nicht finden, wenn ich euch nicht zu ihm führe. Schwört ihr mir, dass ihr sonst niemand etwas tun wollt?« »Wir schwören«, antworteten alle Piraten gleichzeitig mit dumpfer Stimme. Da stand Jim auf und nahm nacheinander allen Seeräubern die Fesseln ab. Die übrigen sahen es mit angehaltenem Atem. Die Piraten standen da und starrten den Jungen mit ganz sonderbaren Augen an. »So«, sagte Jim, als er den Letzten befreit hatte, »dann tragen wir jetzt alle Schätze auf das Schiff und fahren los.« Einen Augenblick schienen die Seeräuber unschlüssig, aber dann gehorchten sie seinem Befehl. Natürlich packten auch die Matrosen mit zu, und so sah man für eine Weile das noch niemals dagewesene Bild, dass ehrbare Seeleute und höchst verwegene Piraten einträchtig Truhen voll Kostbarkeiten und Ballen von wertvollen Stoffen hinausschleppten. »Verflick's noch mal, alter Junge«, brummte Lukas und stieß einige dicke Rauchwolken aus. »Das ist ein gewagtes Spiel.« »Das ist es«, setzte der Kapitän hinzu, »da soll mir doch gleich ein ganzer Schweinsfisch mit sieben Ferkelfischen ins offene Maul schwimmen. Wenn es in dieser Räuberhöhle einen Kamm gäbe, dann würde ich mich jetzt frisieren, so stehen mir die Haare zu Berge. Aber man kann sagen, was man will, unser Prinz Mürren hat das einzig Vernünftige getan. Ich bin ein alter Seebär, und meine Leute sind auch nicht gerade unerfahren, aber durch diese Wasserhose würden wir nie und nimmer hinauskommen. Was diese Teufelskerle fertigbringen, das wagt ein anständiger Seemann nicht mal zu träumen. Ich muss zugeben, es war ein gewagtes Spiel, aber Jim Knopf hat es gewonnen.« »Abwarten«, knurrte Lukas, »es ist noch nicht zu Ende.« Als schließlich alles zur Abfahrt bereit war, trat einer der Seeräuber vor Jim hin und meldete, »Wir sind so weit. Wohin soll's denn gehen?« »Nach China«, sagte Jim. Und dann gingen sie hinaus, stiegen an Bord des Schiffes mit den blutroten Segeln, und die abenteuerliche Heimreise begann. »Pirror ist eine Nachricht der Schiffel des Schiffelspmrich zu gestalten.« Vielen Dank.